Der erste Satz des Turniers ist immer zäh, als ich den gewonnen habe, der hat mir viel Sicherheit gegeben, habe ich wirklich toll gespielt und einiges aus meiner Trainingsleistung, ich habe wirklich sehr hart trainiert, Ende Dezember bis jetzt sehr hohe Umfänge gefahren und ich denke einiges gezeigt und ich freue mich morgen nochmal auf ein schwieriges Spiel.